Wir sind Seelenverwandte. Es ist der Schicksalsknoten, nicht wahr? Anake ist ein interessantes, aber auch schwieriges Thema. Sie verfügt über eine verhängnisvolle Macht. Du schaffst das schon. Und ich halte das für keine gute Idee. Keine Angst, er wird nicht vor heute Abend zurück sein. Ich weiß nicht. Also, worauf wartest du, Matteo? Ich dachte, du willst es auch. Natürlich will ich dich, aber ich habe Skrupel. Das brauchst du nicht. Komm her und sieh es dir an.